Die Motorentage in Göppingen, das Mega-Event für alles was Räder hat, vom 11. bis 13. Mai im Göppinger Stauferpark. Ob 1, 2, 3 oder 4 Räder, die Motorentage sind das Mecker aller Motorenfreunde. Über 100 Aussteller und ein Mega-Rahmenprogramm warten auf euch. Die Motorentage 2012 in Göppingen, Eventmesse, Festival und Party auf über 25.000 Quadratmetern.